Ja, guten Morgen. Tag 3. Ich habe jetzt 6 Stunden ungefähr geschlafen. Ich bin ausgeruht, von alleine wach geworden, frisch. Habe gerade gefrühstückt. Sachen sind schon größtenteils gepackt. Jetzt geht es gleich dazu, die Reste zusammen zu sammeln und ab ins Auto und auf den Weg. Heute werde ich von der Europastraße abbiegen. Ein bisschen mehr Richtung Meer. Da gibt es eine Strecke mehr oder weniger am Meer längs. Ich denke mal, das ist landschaftlich auch spannend. Im Land ist es auch toll. Meine große Hoffnung ist, dass ich an der Straße vielleicht auch mal einen Spot finde, um anzuhalten. Das ein oder andere Mal. Das war in der Europastraße nicht gegeben. Da kannst du auch nur bedingt dann immer wieder anhalten. Du hast haufenweise Bushaltestellen, aber da kannst du halt auch nicht ewig stehen. Mit Drehen und Wänden ist das dann auch nicht so. Da ist viel Verkehr drauf gewesen. Ich hoffe, dass das jetzt an der Küstenstraße ein bisschen anders aussieht und dass ich da ein bisschen mehr in Ruhe mir das anschauen kann und vielleicht auch mal einen Stopp machen kann, Fotos machen kann, Video machen kann. Das war gestern so nicht gegeben. Das sollte sich mal ein bisschen ändern. Ja, ansonsten bin ich gespannt. Stavanger. Nächster großer Stopp. Knapp 132.000 Einwohner laut Internet. Also gar nicht mal so klein. Aber es soll dort eine Altstadt geben. Ich bin mal gespannt. Ich habe diese Stadt eigentlich eher als Industriestandort für die Ölindustrie im Kopf. Mal gucken. Knapp 132.000 Einwohner laut. Knapp 132.000 Einwohner mit dem eigentlichen Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Ist das fett oder was? 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 ist? Teil? Oder? Oder was? Oder was? Oder? Oder was? Oder? 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 Nach 50 Metern im Kreisverkehr sollte auswarten nehmen. Nach 50 Metern im Kreisverkehr Nach 400 Metern im Kreisverkehr sollte auswarten nehmen. Nach 150 Metern im Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nach 100 Metern befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Ende von Tag 3. Es ist 22.36 Uhr. Ich sitze in Stavanger im Hotelzimmer. Habe das Video geschnitten. Das Video rendert gerade. Also dieser Tag war definitiv besser wie gestern. Man hat mehr gesehen. Das hat sich absolut gelohnt, nicht auf der Europastraße zu bleiben, sondern abzufahren. Ich bin der Reichsstraße, ich weiß nicht wie die das genau nennen. 44 auf jeden Fall ist die Nummer, in der ich gefolgt bin. Und bin dann immer Richtung Norden, Richtung Stavanger hoch. Und immer wenn sich das ergab und ein Aussichtspunkt angekündigt war, bin ich dann rechts ran und habe mir das angeguckt. Tolle Landschaften, tolle abwechslungsreiche Szenerie auch. Ich habe trotz viel Regen wieder mal viel, viel Regen zwischendurch immer wieder Glück gehabt und konnte mir etwas angucken. Und da war es dann irgendwie trocken. Ich weiß nicht wieso, aber es hat immer irgendwie funktioniert. An einem deutschen Bunker, der entsprechend gekennzeichnet war als Kriegsmonument, bin ich dann in so einen Tunnel rein, der auch so gekennzeichnet war als Tunnel. Er hatte eine Taschenlampe mit, hat aber mich nicht davor bewahrt, im Schlick auszurutschen und mit dem Knie, mit dem linken Knie so ein bisschen böse aufzukommen. Also es war nicht schön, Schmerz mitunter noch etwas Hose eingesaut, Jacke eingesaut. Hatte ich dann erstmal mit zu tun, dass nachher am Parkplatz einen Teil erstmal wieder sauber zu machen, anderen Teil habe ich jetzt im Hotel erstmal sauber gemacht. Nun denn, unabhängig von meiner Schusseligkeit, wie auch immer, ist das ein Erlebnis. Also es ist erstmal die Landschaft natürlich eindrucksvoll und dann, wenn du siehst, du kommst hier eigentlich an Kilometer um Kilometer an deutscher Geschichte vorbei. Das ist erschreckend irgendwo. Zumindest ich frage mich ständig, Mensch, was haben die hier damals eigentlich gewollt? Ja, du hast hier an den schönsten Stränden, an den schönsten Landschaften hast du mit mal deutsche Bunker. Ja, und es ist ausgeschildert und es wird besucht. Also erstaunlich überwiegend nur Norweger, ja, aber mit Familie, ja, kleine Kinder, die das von Grund auf lernen und ich bin so ein bisschen ins Grübeln gekommen. Vielleicht fehlt uns das in Deutschland. Wir haben sicherlich das ein oder andere Konzentrationslager, so als Gedenkenstätte und nur viele andere Gedenkenstätten, aber ich weiß, dass wir auch durchaus Bunkeranlagen haben und diese werden irgendwo versteckt, ja, zugeschüttet, wie auch immer, soll keiner rein. Ich bin da so ein bisschen ins Grübeln gekommen. Vielleicht sollte man das zeigen. Vielleicht sollte man das wirklich aufarbeiten und zugänglich machen und den Leuten so ein bisschen die Augen öffnen und diese Monstrosität dieser Gedanken von damals mal so ein bisschen nahe zu bringen. Vielleicht ist es gerade in einer Zeit, wo wir in Europa zunehmenden Nationalismus sehen, ja, wo wir ein Brexit vor der Tür stehen haben, ist das vielleicht an der Zeit. Also ganz spannend. Ich finde das toll. Also wirklich junge Familien, die ihren kleinen Kindern das auch nahe bringen und die Geschichte so ein bisschen greifbar machen. Ja, ja, hat mich beschäftigt heute. Des Weiteren beschäftigt mich ohne Frage die Landschaft. Also die ist so echt außerordentlich schön. Es ist schon irgendwo schräg. Du kommst um eine Kurve und das ist der nächste Eindruck, wo du sagst, Mensch, das ist toll. Hat was. Ich könnte zig Minuten Video zeigen. Sicherlich bis zu hoch einer Stunde oder so. Überhaupt kein Problem. Will ich nachher gar nicht machen. Muss ich reduzieren. Ich hätte schon gestern eigentlich viel zu viel Inhalt mit drin. Ähm. Zu verdunnen. Ähm. Ja. Wo stehe ich denn? Ich bin in Starrwanger und habe auf die Karte geguckt, habe im Internet geguckt. Ich würde gerne Richtung Bergen fahren. Es neigt sie nun, ne? Viertel vor, elf, so langsam. Ich habe keine Idee. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und der innere Schweinehund mit die Komfortzone sagt, ach nee, ist so anstrengend. Lass mal. Ja. Man könnte die Europastraße wählen. Das ist dann mit mehreren Fährfahrten. Es ist ewig beizufahren. Viel Maut. Viele Tunnelgeschichten. Man sieht wieder nichts. Touristisch langweilig. Oder man fährt die lange Strecke. Und schafft das nach meinem Dafürhalten nicht an einem Tag. Das geht nicht. Also jedenfalls nicht, wenn man etwas sehen möchte. Klar kannst du das fahren. Das ist jetzt nicht so ewig weit. Und wenn du dich ranhältst und nicht ständig anhältst, geht das. Aber ich habe es heute gesehen. Wenn du wirklich was sehen möchtest, brauchst du Zeit. Das ist also nach meinem Dafürhalten über die zweite Option an Strecke, über die RV abgekürzt, RV13, ist das nicht an einem Tag zu schaffen. Schön bei der zweiten Variante ist, dass die an dem Preikestolen vorbei führt. Das ist so eine Felsplattform. Hochklettern macht mal eigentlich keinen Sinn, weil in den nächsten Tagen ist hier weiterhin Regen angesagt. Und morgen sowieso richtig kühl. Es geht temperaturmäßig nochmal runter. Also irgendwann 15, 16 Grad. Und Regen, wie gesagt. Und auch in den nächsten Tagen Regen. Was mich zu meinem Problem bringt. Es bin irgendwie nicht geneigbar Regen, nochmal einen zweiten Campingversuch zu starten. Es ist eigentlich ja so. Es nagt so ein bisschen an mir. Ich möchte das eigentlich. Ich möchte es eigentlich gerne nochmal wissen. Aber nochmal so eine Nacht wie ein Hirzhals. Brauche ich nicht. Also ich habe da echt keinen Bock drauf. Ohne Scheiß. Ich bin seit Stunden vor 8 schon. Kurz nach 7 habe ich angegoogelt. Und bin am Überlegen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung das weitergeht. Wie ich weiterfahre. Ich bin da echt noch am Überlegen. Checkout ist morgen um 12. Ja. Also ich habe noch ein bisschen Luft. Die brauche ich jetzt auch. Also ich muss jetzt erstmal gucken, wie teile ich mir die Zeit ein. Das Ding ist halt, wenn du nach Bergenhof fährst. Das ist ja alles kein Thema. Das ist aber eben nur eine Richtung. Du fährst Richtung Bergenhof. Bis dann in Bergen. Und musst eben dann nochmal ein Riesenende wieder zurück. Und wie planst du das? Wie gehst du das an? Ja. Eine Option ist natürlich, ich nehme von Bergen aus eine Fähre zurück. Es führt eine direkte Verbindung von Fjordlein direkt von Bergen aus über Stavanger zurück nach Hilsalz. Der Start wäre 13.30 Uhr in Bergen mit einem Zwischenhalt abends in Stavanger und morgens um 7.30 Uhr einlaufen in Hilsalz laut Fahrplan. Die Frage ist, die mich so ein bisschen drängt und fehlt, kannst du an Bord pennen? Hast du, klappt das irgendwie? Also da, also Camping wäre mir da lieber, wie jetzt an Bord einer Fähre, in irgendeiner blöden Kabine, Ben, mitunter stampft das dann wieder, rollt das. Ich kann dann kein Auge zu tun. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie kotzend über der Reling hänge, aber wirklich schlafen kann ich dabei nicht. Dann kommst du halt morgens 7.30 Uhr völlig unausgeruht in höchsten Orden Dänemarks an und musst dann nochmal 670 Kilometer Autofahren. Guten Tag auch. Das ist momentan so ein bisschen mein Dilemma und ich kann das momentan noch nicht auflösen. Ich muss mir da Gedanken machen, die muss ich auch für mich selber so finden, ist auch klar. Ich muss einfach nochmal Google wälzen, Google Maps, nochmal mir die Stränge anschauen, die Distanzen anschauen. Ich würde natürlich gerne noch eine ganze Ecke mehr sehen, andererseits drängt es ein bisschen natürlich auch die Zeit, nächste Woche rechtzeitig zurückzukommen. Das heißt, du musst den Rückweg mit einplanen und die Distanzen in Norwegen sind einfach lang. Durch die Geschwindigkeitsbegrenzung fährst du definitiv länger. Ich habe heute Vormittag mir ein bisschen mehr Luft genommen und mal angehalten. Heute Nachmittag hat es noch mehr geregnet, ein bisschen weniger gemacht. Das kostet natürlich ein bisschen Zeit, aber wenn man das jetzt rausrechnet und realistisch sieht, so viel Aufwand war es nachher nicht. Der Hauptteil ist nachher wirklich reine Fahrzeit. Das sind alles so Punkte, die gehen mir momentan durch den Kopf. Ich kann mir vorstellen, dass da zig Ideen zuvor herrschen, ab und hier und da und macht dir nichts im Kopf und überhaupt. Ja. Was soll ich sagen? Ich stehe echt vor einem Dilemma. Ich hoffe, ich hoffe, dass sich das morgen löst. Auf die eine oder andere Art. Morgen mehr.